Herzlich Willkommen zur Roten Couch Express. Wir befinden uns gerade auf der SPS ABC Drives 2015 und ich darf neben mir den Herrn Norbert Hauser begrüßen. Er ist Vice President und Head of Industrial Automation bei Contron. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Welches Highlight zeigen Sie denn an Ihrem Messestand? Das Highlight, das ich mitgebracht habe, ist unser neuer Fusion Client, ein Panel-PC. Er ist skalierbar von 10 bis 21 Zoll Whitescreen mit 10-Finger P-Cap-Touch-Bedienung und wie Sie sehen, er unterscheidet sich von vielen anderen, dass wir sehr kundenindividuell Logos und Farben anbieten können in Verbindung eben mit den verschiedenen Größen. Einen sehr sicheren Zugriff haben durch RFID-Tags. Des weiteren neben der normalen Bedienung über Touchscreen, eine 3D-Gestensteuerung ist vorbereitet für berührungslose Bedienung des Systems. Und wir haben Wireless Antennen für Industrie 4.0 Kommunikation über WiFi, eine vertikale und horizontale Antenne integriert für maximale Abstrahlung. Sie sind schon bereits auf einige Vorteile eingegangen. Gibt es noch weitere Besonderheiten und Vorteile für den Anwender? Ja, die Vorteile sind hinter dem Gerät verborgen. Es ist ein völlig wartungsfreies Gerät, das wir ausgelegt haben mit passiver Kühlung ohne Lüfter, ohne Batterie mit Super-Caps und zum dritten Punkt eben keine rotierenden Speicher, sondern SSD-Discs, Solid-State-Discs. Der zweite Punkt, um Kosten zu sparen, Total Lifecycle-Kosten zu optimieren, ist die modulare Architektur über ein Trägerboard und ComExpress. Somit kann man mit minimalem Aufwand auf die nächste Generation von Prozessor-Architektur wechseln. Kundenspezifische IOs kann man ebenfalls integrieren mit minimalen Entwicklungskosten und somit Maßanzug von der Stange bekommen und mit dem Standardgerät quasi die individuellen Konfektionierungen vornehmen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen!